Ich lerne Deutsch. Nummer 14957 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Lehrerin legt Wert auf die Qualität der Hausaufgaben. Die Lehrerin legt Wert auf die Qualität der Hausaufgaben. Ich sehe mal nach, wie viel wir von diesem Produkt noch auf Lager haben. Wir haben extra für diese exklusive Kreuzfahrt neue Kleidung gekauft. Wir haben extra für diese exklusive Kreuzfahrt neue Kleidung gekauft. Er nahm eine defensive Haltung ein und wartete auf den Angriff seines Gegners. Er nahm eine defensive Haltung ein und wartete auf den Angriff seines Gegners. Er bereitete sich darauf vor, sich zu verteidigen, anstatt selbst den ersten Angriff zu starten. Sammle deine Gedanken vor dem Staat und versuche dein Bestes zu geben. Sammle deine Gedanken vor dem Staat und versuche dein Bestes zu geben. Ermutigung ist die Kunst, in anderen das Feuer der Hoffnung zu entzünden. Das ist mein Vorschlag, wie wir das Problem lösen können. Das ist mein Vorschlag, wie wir das Problem lösen können. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Also, bitte einen Outlook zu machen. Ja, zu wenigstens. Untertitelung des ZDF, 2020